Aufbruch in die vernetzte Industrie. Die Hannover Messe 2017 zeigt die Lösungen von morgen. Die Basis von Industrie 4.0 ist die Verfügbarkeit aller relevanten Informationen in Echtzeit sowie die Fähigkeit aus den Daten zu jedem Zeitpunkt den optimalen Wertschöpfungsfluss abzuleiten. Das gelingt nur durch die Vernetzung aller beteiligten Instanzen. Der Hersteller Balluf geht bei der Erfassung der Daten mit seinen neuesten Sensoren noch einen wichtigen Schritt weiter. Das Besondere an unseren Sensoren ist, dass wir Sensoren mit allen möglichen Wirkprinzipien, also eine komplette Bandbreite, an physikalischen Wirkprinzipien bieten und diese Sensoren auch deutlich mehr an Informationen übertragen wie ein klassischer Sensor, der jetzt nur 0.1 überträgt. Unsere Sensoren übertragen deutlich mehr an Informationen. Und damit kann ich dann Applikationen realisieren wie Condition Monitoring, Asset Management und den wirklichen Nutzen auch von Industrie 4.0 stiften in dem Zusammenhang. Wie eine moderne industrielle Massenfertigung funktioniert, kann man bei der Firma Aarburg erleben. Mithilfe eines integrierten NFC-Chips steuert das Produkt selbstständig durch den Herstellungsprozess. Die zukünftige Fertigungstechnik wird so aussehen, dass einzelne Teile, einzelne Teile, die durch eine Produktion laufen, die werden nicht mehr in großen Mengen durch die Produktion laufen, sondern die sind alle unterschiedlich oder es gibt nur sehr wenige von gleichen Teilen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass das einzelne Teil immer identifizierbar bleibt, dass es über diesen Chip oder über einen Code jederzeit identifiziert werden kann. Damit Fabriken zu Smart Factories werden, braucht es einen Mix aus innovativer Automationstechnik, kollaborativen Robotern und künstlicher Intelligenz. Daher ist eine herstellerübergreifende Zusammenarbeit sehr wichtig für den Erfolg von Industrie 4.0. Die Technologieinitiative Smart Factory KL zeigt auf der Messe anhand einer Industrie 4.0-Anlage eindrucksvoll, was aus der Zusammenarbeit von 18 Unternehmen entstehen kann. Industrie 4.0 ist ein Netzwerkthema, sowohl im übertragenen Sinne in Bezug auf die Daten, aber auch im ganz konkreten Sinne. Alle müssen an einen Tisch geholt werden, um Standards und Schnittstellen gemeinsam weiterzuentwickeln. Intelligente Maschinen, die miteinander kommunizieren, Wissen austauschen und selbstständig Aufgaben erledigen. Auf der Hannover Messe ist die Digitalisierung der Industrie live zu erleben.